Eeeh, der Geothermal-Dings, der spackt ein bisschen rum. Ja? Da geht Lava an und wieder aus. Äh, keine Ahnung, wo er nicht... Achso, weil er voll ist. Ja, wahrscheinlich. Nein! Kann ich mir rennen? Scheiße, ich hab keine Waffe dabei. Oh Gott, bist du... Keine Waffe dabei, kann ich rennen. Ich hab ne Spitzacke dabei, die muss reichen. Oh, Kühe. Komm her, Drecksau. Lach dich jetzt kaputt. Hahaha. Soll, zwei Schläge. Loll, wie groß ist denn der Baum, bitte? Jetzt mal groß. So, von dem pinken Holz... Oder ist das lila jetzt? Lila. Echt? Ja. Du hast die falschen Bäume geholt. Nein, das ist pink. Also, bei mir ist das pink. Also, bei mir ist das pink. Möchte was? Ich hole jetzt mal ein paar Bäume, dass wir hier mal ein bisschen Rohstoffe haben. Würde ich mal sagen. Die ganze Sache bringen. Aber echt mal. Leben die ganze Sache bringen. Oh lol, das sind drei Skelette. Komm, Schlacht sie ab. Alter, wie viel Leben haben die bitte? Julie, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Wir nehmen jetzt 45 Minuten auf. Alter, warte. Ich hab grad voll nach 5 Stunden angefühlt. Echt? Ja. Ach, mir fern, da geht's nicht. Nein! So. Paddy, musst du was sagen. Was denn? Weiß nicht, schon schieße ruhig. Also, ich muss was sagen. Du willst mir was sagen. Nee, nee. Du musst was sagen, schon schieße ruhig. Was denn? Nein! Nein! Lass sagen! Äh, 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 äh. Ja? Geil. Finde ich sehr gut. Ach hall, das war ein Schaf. Fällt mir, weiter so, das Schaf. Todes. Du musst mich verarschen, das ist keine Lava. Sonst findest du in jedem Eck Lava und hier ist aber nicht mehr da. Ja. Ich hab's noch Lava. Mann! Ich hör Lava. Oh, je. Stop. Aua! Nebendran, Alter. Okay. Ja komm, ich kann mich aufsammeln. Ach, halt, die Schnurzen. So. Nein! Warum? Lol. Ich hab grad eben Namen gesehen. Äh, wir sind zu zweit, aber egal. Ich glaub ich krieg Halluzinationen. Ja. Das ist nicht gerade wenig, Alter. Oh, schon. Lava. Irgendwo. Uah, leckt das grad eben. Ihr leckt's mir. Ich muss ja echt sagen, jetzt auch hier mit diesem Server, hab ich ein- oder hab- hat Host Unlimited einfach bestätigt, dass die besser sind. Host Unlimited? Was die besser sind, weil wir werden uns im Server auch bei Host Unlimited hosten. Hä? Die sind besser, oder wie? Ja. Auch wenn's manchmal echt der belegt, aber im Endeffekt sind die besser wie dein Server-Host. Und die sind auch... Ich hab ja keinen Server. Hä? Server. Was wirst du von mir? Ich meine, dein Server-Host, so heißt die andere Seite, wo wir eigentlich hosten wollten. Humm... Ichлüsse nicht. Kann ich jetzt grad raus, wenn ich sagt hab dein Server-Host... Du. thingy f- charactersightаюсь. Hey. H- jag. Wichtig. Ich? Bö cualquier Person250. Ich… so Polo in zehn Minuten noch nur fett ein Junk-Ladefehler ich hab einfach mal so ne Wand lauf aber nicht rein ja hab ich grad ich will grad hier schon der Hand vorbeigesnickt ich hab trotzdem Schaden bekommen ja da geh ich schon mal nicht hin Yo! Sogar ne Minimap das ist ein Junk-Ladefehler ok das ist kacke ich glaub das ist sogar der Weg wo ich echt zurückgehen sollte äh müsste wie's aussieht wenn ich zurückgehen hola was ist das für ein Holz hier oh ich hab mich um die Connect-Demo schnell alter, alter oh Junge sagst du die Drecksache so so ich sag immer so was ist? ich sag immer so so datenbaum baum pinke Blätter ne ja ja ah dann kann ich vieles weg geeeey ich bin ja nach Hause ach du du warst auf dem Rückweg ja ja fast gesessen ok jetzt hab ich ein Seppling ein Seppling alter, der Baum ist ja groß oh Gott ist der groß oh Lava oh Lava da kann ich ein Lied drüber schreiben wahrscheinlich sogar oh Lava oh Lava oh Lava oh Lava oh Lava Lava aber sobald du eigentlich einmal das klopfen bisschen weißt Lager 1 muss ich erstmal genau erst zum Lager komm ich zu Lager 1 ja das schon, ja das schon oh Lager 2 Da ist ein Skelett, ich schwimm hoch. Was ist das jetzt für ein Holz? Alter Schwede. Ich hab viel zu viel Holz gesammelt. Hm? Aua, einfach noch zu boosten, Kack-Skelett. Aua! Ich hab jetzt ein Tigerwood. Läuft bei dir. Aber noch schnappen. Ich hab hier schon wieder so einen Bärenbusch, ey. Luft schnappen. Ich hab hier. Hoch, 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 hoch. Hoch! Oh, Junge. Ich hab's überlebt. Gut. Ich kann nicht rennen, da war ja. Ah! Was? Was? Ich hab mich grad irgendwie totgewundert. So, so, so und so und so. Eigentlich müsste ich jedes Mal so einen Snapshot machen, ob auch wirklich das alles noch in den Kisten drin ist. Snapshot? Ja. Äh, du hast Screenshot, nicht Snapshot. Äh, ja. Ich hab doch das gleiche. Nein, nicht wirklich. So halber. Nicht immer halber zu Hause. Paddy, ich hätte Lava. Was ist das für ein riesen Busch? Äh, ja. Na, wenn ich, du bist nicht zu Hause, Alter. Hm? Na, wenn ich, du bist nicht zu Hause. Ich bin halber zu Hause. Wom bist du zu Hause? Ja, jetzt schon. Ja, ich komm. Ich hab' ich schon was den Gig... Ne, ich brauch' ich den, äh, Generator gar nicht anschmeißen. Wir haben ja noch genug, äh, Energie. Ja. Ich mach' einfach was zu essen, Alter. So, wo ist es? Da. Hühnchen. Äh, Fleisch. Äh. Steck. Muss ich dich grad' rennen. Ja. I'm coming. I'm coming. Na 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 na. I'm coming. Was passiert eigentlich hier bei dem Cotton? Ah, hier. Cotton Cotton. Ich mach jetzt einfach mal den, 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 den Baumwolle pflücken. Okay. Okay, warte hier, Cotton. Cotton. Aber was bringt der andere, was ist das da, das andere, das Pinke? Du gehst auch noch zu Cotton. Es wächst noch. Achso. Oh, jetzt sollst du da reingehen. Geht doch. Hab' ich, aber ich setze jetzt mal, glaub' ich, die, die, die Büsche anders dahin. Ich mach' mich mal das ganze Gras weg. So schaut's aus. Ah, ich hab's jetzt... Fuck, jetzt hab' ich's Holz falsch rein. Da hin. Oh, es hat endlich aufgehört mit Regnen. Hey. Ey, man muss nicht Stahl schaufen. Hat, hat irgendjemand schon mal einen Zaubertisch hier gemacht? Nee. Wobei, Afford hat die Fischung in seinem Haus bestimmt. Nein, der hat's auch nicht, glaub'. Ah, der hat's auch die gute Kistenordnung gemacht. Nicht so wie wir. Der hat, der hat gar nicht... Der hat eigentlich gar keine Kistenordnung. Der hat... Der hat... Kommt mal hier rein. Bones... Kommt da unten. Läuft bei dem. Raw Rapper muss man in den Ofen, glaub', oder? Hm? Raw Rapper muss man in den Ofen, oder? Äh, ja. Und was ist das? Und, äh... Stinky... Res... Resin? Äh... Stinky Resin? Ja, das ist ja genauso wie Rubber. Nur halt eben, was es aus dem... ... man's, äh... ... aus dem Baum rausholen kann. Ah. Und die Runde kliffen schon wieder. Maschinen Cut. Äh, ich hör's, warte. Würde ich einfach mal sagen, was ist hier für dieses Mal? Jo, würd ich auch sagen. Und bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen mal wieder. Ah, danke. Danke, 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 danke. Und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder, wenn wir uns unter anderem auch ein wenig mehr um die Technik auch beschäftigen werden wahrscheinlich, oder? Schätze ich mal. Ja, ja. Denn wir müssen uns da wirklich auch erstmal informieren. Also ich zumindest. Und dann sagen wir hier vielen Dank. Alter. Lop. Lop. Aua, aua. Und ich hab 40 Level. Alter. Echt jetzt? Ja. Ich hab 29. Ja, du bist auch gestorben. Dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So.